moin leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 21 video hier auf meinem kanal schön dass wir mit am startseit freuen wir holen uns heute ich grüße erstmal alle die hier bei der premiere mit am startseit kuss 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 und genau falls die gestrige folge verpasst habt ihr unbedingt aus den link unten in der video beschreibung und oben in der infokale freundin jawohl ski wir werden uns gleich haben ab und freundes wird wird einfach nur wild muss jetzt einmal schnell nochmals gilis 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 spiel machen und dann kann ich mal punkt abholen beim bundesliga pass und durch diesen durch diese punkte können wir uns dann berlin hat und freundes so will einfach nur das zu bild berlin braut harland ist am start und ich glaube ich werde erst mal für messi ersetzen mal gucken für messi so bringt noch auf dem markt und dann eventuell verkaufen ich mir sie genau freunde jawohl so jetzt haben wir die punkte jetzt gehen wir ganz locker flockig batterie fast leer ganz locker flogig zum bundesliga pass und ihr seht ihr kriege ich jetzt 1500 punkte die holen uns ab zack zack bam bam und dann haben wir insgesamt insgesamt habe ich dann über über 400 4000 natürlich 400 sehr viel zu wenig genau hier sind sie genau aber warum legt alles hier schon wieder so lange warum 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 und ich werde rausgeschmissen wunderschön wunderschön komm bring mich wieder in jawohl da sind wir doch habe ich die punkte jetzt ich glaube schon oder ich gucke einfach mal kurz nach bundesliga und 4300 haben wir jetzt komm ich gebe noch ein paar tickets aus die habe ich noch übrig aber ich glaube ich gehe als nächstes ja wo mich als nächstes eventuell zu neuer ich denke ich schaffe nur ja nicht ganz aber ich probiere es man kann es ja mal probieren man kann es einmal probieren oder ich gehe weiter im fahrt schwierig 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 ja und fahrt könnte ich noch kommen aber da brauche ich wahrscheinlich über 1000 um ein fahrt um ein punkt weiter halt gehen zu können ja kritisch ganz ganz kritisch kurz gucken wir uns gleich alle abfreundlich nur kurz hier mal gucken ich habe drauf gedrückt und da kommt die pack animation nicht verkauft drei zwei eins abfahrt freundlich ich habe drauf gedrückt und da kommt die pack animation nicht verkauft drei zwei eins abfahrt freundlich und 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 ist am start 180 punkte 300 punkte haben wir jetzt wirklich ist damit schon start spieler hätte ich da jetzt schon start spieler nicht noch nicht ganz aber ich kriege auf jeden fall ein ich kriege auf jeden fall ein ich kriege auf jeden fall ein warum bin ich jetzt hier auf die quest warum bin ich jetzt hier auf die quest alter dieser überlinge zu bild heute zu bild ich upgrade sein skill boost sind skilli skilli der brecher mit dem baby face jawohl das liebes und jetzt hier noch schön die ränge von messi 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 ist dann bei bei ure war bei dagelisch will ich in wien wir können noch kurz im stats vergleich machen ja wo habe ich die ränge zu sonst obwohl die messi ist doch doch viel besser als dagelisch ich glaube ich glaube ich behalten soll ich messi behalten freundlich weiß es nicht es macht eigentlich mehr es macht doch sinn messi zu behalten ich bin so ein idiot ich bin so ein trottel ich bin so ein trottel weil ich nicht weil ich wieder nicht nachdenke weil ich voll idiot wieder nicht nachdenken ich warte es nur mal mit den rängen ach man ich bin so ein vollidiot oder solche wieder noch nie ach warum kann ich nicht einfach mal nachdenken wenn hier ein alter es regt mich gerade schon wieder auf ohne witz alter man ja wir können noch kurz gucken ja nee aber wie viel bringt denn messi messi ist zwar auch geil aber die münzen die man hat für messi bekommen würde aber freund ich glaube ich verkaufen doch lieber ne weil die münzen die würden mich so weiter bringen ne die münzen bringen mich wirklich wirklich weiter kommt einer uns wunderschön aber ich glaube ich verkaufen messi f校 und doch auch wenn der bessere setzte.000 aufst tut weise irgendwann ersetzt weil ich mir ein guter zahlen gestellten und stürmer hier 15 kaum ich war 15 2 15 2 oder habe ich da habe ich wieder münzen freunde da habe wir uns auch wussten ist ja so ich habe ich habe aber ich noch kurz gucken wie viel würde darstellt bringen wenn ich ihn weg trainieren würde 102 aber dadurch wird ja auch sowieso irgendwann ersetzt weil ich ja mir lieber los geht gerne holen würde von daher ja da kaufe ich ihn jetzt hier für 15,2 millionen da habe ich wieder münzen freunde habe ich auch wieder die münzen hier sehr wohl und genau freunde ich würde sagen dass es gewesen sein mit dem video was ich fand hat lasst gerne like lasst gerne abo da aktiviert auch gerne die glocke um keine weiteren videos hier mehr auf diesem kanal zu verpassen freunde ich bin an der stelle raus wünsche dir einen schönen restlichen tag ich werde nur ein bisschen mit haaren zocken hoch und wir sehen uns morgen haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal